Moin moin ihr Flitzpiepen, ich hoffe ihr habt den Weltuntergang überlebt, wenn nicht dann seht ihr dieses Video nicht und naja gut dass es die Funktion gibt im Voraus Videos hochzuladen, denn so hat die Welt noch etwas von mir, falls ich draufgegangen sein sollte. Heute seht ihr ein Gameplay auf der Map Hijacked, der wohl kleinsten Map und auch genannt Shipment für Arme aus Code 4. Sehr kleine Map, sehr viel Action und sehr viele Death eigentlich, natürlich kann man auch sehr gut hier die Gegner rapen, wenn man Glück hat, eine gute Verbindung und ein bisschen Luck natürlich gehört immer dazu. Ich mache diesmal keine Taktikanalyse vorweg, das spare ich mir einfach aus Zeitgründen, weil es gerade 2 Uhr nachts ist und ich das Video noch fertig kriegen will, bevor ich morgen Besuch habe und dann doch wieder nicht dazu komme, das Video fertig zu machen und meinen Zeitplan mit den Videos nicht einhalten kann. Ich möchte euch ja noch möglichst jeden Tag ein Video bringen und das geht nun mal nur, wenn man im Voraus plant und dann muss man auch mal bis nachts um 2 Videos kommentieren. Ihr seht mich mit der Waffe MSMC spielen, als Aufsetzer habe ich dabei erweiterte Magazine und den Laserpointer, Killstreaks sind Drohne, Konterdrohne, Blitzschlag und ja, ich finde diese Streaks eigentlich relativ nice, vor allem wenn man ein bisschen unentdeckt spielen möchte, hat man zwar schon Geist, aber Konterdrohne bringt es einfach nochmal mehr, denn die Gegner sehen ein, vor allem wenn man ohne Schalldämpfer spielt, dann halt gar nicht mehr. Man kann natürlich auch auf so kleinen Maps, wenn man sehr gut ist, höhere Killstreaks mitnehmen, wie zum Beispiel ein Loadster, dann outen man einfach alles weg, aber ich persönlich habe nicht so den Monster-Skill, um Loadster mir zu erspielen, nur mit der Waffe. Von daher lasse ich es lieber sein, wird sicherlich nochmal irgendwann ein Ziel von mir sein und wenn ich es dann mal irgendwann schaffe, wird es dieses Gameplay auch hundertprozentig geben. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, vielleicht ist es schon wem aufgefallen, in den vorigen Videos habe ich in der Videobeschreibung eine neue Facebook-Seite verlinkt, diese Facebook-Seite ist sozusagen das neue, naja ich nenne es mal Label, unter dem auch dieser Kanal ab sofort stehen wird, nämlich metagaming.de, also metagaming.de. Deutschland, das hat nichts mit irgendeinem vorhandenen Label oder Seite oder sowas zu tun, das habe ich mir quasi heute ausgedacht, wollte ja schon, oder ich habe ja auch schon mal eine andere Facebook-Seite, die hat es über 100 Like auch geschafft, Diablo 3 Live habe ich es gemacht, zusammen mit einem Kumpel, und jetzt versuche ich halt wieder, diesmal allerdings eine umfassendere Website oder was ist Website, aber Facebook-Seite halt aufzubauen und allgemein Gaming Portal, das mehr umfasst als jetzt nur ein bestimmtes Spiel, als nur ein Thema, als nur Gaming, das soll auch natürlich Hardware und Software natürlich, ja, ein bisschen featuren und ich hoffe, dass das den einen oder anderen interessiert, wenn es euch interessiert, dann geht bitte in die Videobeschreibung, geht dort auf den Link und liked die Seite, dort findet ihr eigentlich immer die Updates, ab 2013 geht es da, denke ich mal, richtig los, jetzt in der Weihnachtszeit passiert ja nicht mehr so viel ab 2013, kommen, wenn wir es überlebt haben, auch viele neue Spiele, wie zum Beispiel Heart of the Swarm von Blizzard ist angekündigt, aber auch andere Game-Titel, die dann nach und nach so ins Land kleckern, werden eintreffen. Ja, zusätzlich zu der Facebook-Seite gibt es da einen Livestream, wir haben es geschafft, heute in HD zu streamen, was mich persönlich auch so dazu angeregt hatte, weil, ja, HD ist natürlich immer schön, man braucht ja auch Qualität, wenn man da in 360p streamt, dann möchte das ja sich eigentlich niemand anschauen. Ich selber schaffe es derzeit noch nicht in HD zu streamen, aber mein Kumpel packt das halt relativ locker und wir haben heute ein bisschen Diablo 3 gespielt, das ist irgendwie zwei Stunden lang streamt, könnt ihr euch auch noch anschauen, im Nachhinein ist On Demand verfügbar, den Link findet ihr auf der Facebook-Seite, ich kann ihn aber auch nochmal in die Videobeschreibung packen zum Livestream, der ist einfach twitch.tv slash metagaming.de und da ist dann das Ganze vorhanden. Ich habe schon Overlays gebaut, eins werde ich jetzt auch gleich einblenden, nochmal mit dem Link zur Facebook-Seite, damit ihr euch das hier nochmal angucken könnt. Und dieser Channel wird in Zukunft auch, ja, unter dem Label Metagaming laufen, ich habe das ja ganz lange unter dem von mir erstellten Label LYP laufen lassen, das war ja so damals, als ich angefangen habe mit den Real-Life-Videos, da musste ich mir irgendwas ausdenken oder wollte ich mir irgendwas ausdenken, so im Sinne von Produktionsfirma bla bla, schnell ich schnack, nichts Großes, aber einfach nur ein auf, ja, wichtig tun. Und, ähm, naja, dieser Kanal ist sozusagen das YouTube-Sprachrohr für Metagaming und, ähm, ganz einfach, weil hier natürlich schon eine gewisse Base da ist, weil hier schon ein paar Videos drauf sind, ich keine Lust habe, viele Videos neu hochzuladen und, äh, das uns natürlich auch sonst nicht weiterbringt. Ähm, auf der Facebook-Seite werdet ihr dann immer weiter auf dem Laufenden gehalten. Ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen jetzt dafür begeistern konnte oder, ja, interessieren konnte, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wie gesagt, ich weiß, es schauen nicht so viele zu, aber vielleicht kriegt man ja den einen oder anderen Like, ähm, doch noch gesichert und das würde uns natürlich freuen, sagt das gerne auch euren Kollegen, YouTube-Freunden oder was weiß ich. Ja, sonst gibt es nicht viel zu erzählen, wie gesagt, der Weltuntergang steht bevor, oder war schon, er war schon, heute ist der 22. und, ähm, naja, bei mir geht es so langsam auch auf, ähm, auf das Ende zu, sag ich mal, ne, also, heute ist nochmal ein bisschen chillaxen und, ähm, hab heute schon wieder eine Einladung gekriegt, äh, für, hier, für ein Essen am 28., 29., irgendwann da, bei meinen anderen Großeltern, die meinten dann, ja, ich müsse mal auch vorbeischauen mit meiner Freundin irgendwie zwischen den Tagen und, äh, naja, was soll man sagen, man kann ja nicht schlecht sagen, ja, du, pass auf, Oma, das geht mal gar nicht, was wir da machen, ähm, das ist nicht okay und, äh, ich kann nicht zu der einen fahren und zu anderen sagen, nee, also, sorry, ey, zu dir fahre ich nicht hin, das ist ja auch unfair und das, äh, ne, ist deswegen auch so aus, äh, Gleichberechtigung, die wir haben, ähm, werde ich das auch tun Unfassbar, oder? Ja, äh, Gameplay ist eigentlich ganz lustig, ist eine KD von 3,0 Ich weiß, ich sag das immer sehr verzögert, aber egal Ähm, ein bisschen drüber da sogar noch, ne, mehr als 3,0 Und, ähm, ist halt, ja, na, so mittelmäßig Jetzt wird hier gerade so ein bisschen gekämpft, weil gerade ein Lotz da oben war von den Gegnern aus dem Care Package Und, äh, jetzt kommt der Warhawk Äh, von uns Wahrscheinlich auch noch aus dem Care Package Obwohl ich in meinem Team gerade echt so ein paar Leute habe, die die Gegner echt bashen Ähm, ja, keine Ahnung Also, was man natürlich auf Hijack vor allem nicht tun sollte, ist Triple Cap machen Was wir leider tun Denn dadurch spawnen die Gegner einem sowas von im Rücken Wie wir auch gleich sehen werden Und dadurch stirbt man, so wie hier Und meine schöne Streak ist weg Ich war so geil in einer Streak Ich glaube, ich hatte zweimal Konterdrohne wäre jetzt kurz vor dem Blitzschlag gewesen Zum dritten Mal dann Und, äh, naja Man kann nichts machen, dieses, äh Beficktes Spawn-System Äh, ist nun mal nicht auszutricksen Was soll ich da groß anderes sagen Äh, hier auch gleich so ein super Fail Da liegt noch einer auf dem Boden Den habe ich wieder nicht gesehen Nur den, der da rumhockt Aber, äh, ja Was habe ich mir angewöhnt Ähm, sieht man vielleicht nicht so oft in diesem Gameplay Aber, ähm, hier sieht man es Zu aimen Es ist einfach so, dass man Natürlich ist Hipfire sehr stark in dem Spiel Aber, ähm, das Aiming Bringt's schon Vor allem auf längere Distanz Muss ich da deutlich wieder besser werden Man sieht es manchmal Man hat es gestern in dem Gameplay gesehen Äh, man hat es, äh, in anderen Gameplays gesehen Den, vorgestern Hat man es gleich auch gesehen Also, in allen Gameplays Der letzten Tage Sieht man es Dass mein Aim manchmal sehr schlecht ist Und dass ich nur mit Glück Halt die Gegner weghole Oder dann halt auf längere Distanz auch sterbe Weil, halt die entscheidenden Zwei, drei Schüsse Leider, ähm, daneben gehen Das ist ein bisschen doof Kann ich aber derzeit noch nicht abstellen Und, ähm, muss ich ein bisschen trainieren Auch wenn ich jetzt, äh, Ja, ne Da Vielleicht so immer verleitet werde Durch diesen Laserpoint Zum, zum Hipfire Und das ist Das große Problem in, in MW2 Wollte ich schon sagen MW3 wollte ich schon sagen Ich meine natürlich Black Ops So wie hier Dass man einfach nicht zielt Man hält einfach drauf Natürlich ist es, ähm, schneller Aber, wie gesagt Man ist einfach präziser Verschießt weniger Kugeln Hat mehr Munition Wenn man, wenn man zielt Und, ähm, man kriegt auch Mehr Headshots zum Beispiel hin Tötet dadurch natürlich schneller Als normal Und, äh, das ist für viele natürlich wichtig Für mich zum Beispiel auch Und, äh, hier stirb ich schon wieder Dämlich und behindert Aber, äh, man kann sich nicht erinnern Ich hab schon wieder meinen Blitzschlag Der, glaub ich, aber gar nichts mehr wegholt Denn das Gameplay ist jetzt zu Ende Ja, ich wünsche euch einen Angenehmen Ein Heiligabend Nein, ist ja noch gar nicht Ist ja erst in zwei Tagen Aber angenehmes Wochenende Bis zum nächsten Mal Tschüss Und, äh, das ist ja noch gar nicht erinnert Und, äh, das ist ja noch gar nicht erinnert